Hey, hey! Ich bin Maria von Moreau Food und heute möchte ich dir mal eine vegane Klamottenfirma vorstellen. Ich habe ja neulich dieses Video gemacht, warum ich als veganer Leder trage. Und wenn du das noch nicht gesehen hast, dann verlinke ich dir das mal da oben. Und daraufhin habe ich ja sehr viele Kommentare bekommen, nicht nur hier bei YouTube, sondern vor allen Dingen in so einer Facebook-Gruppe, das heißt veganes Zeitalter. Und die haben dann eben so eine Riesendiskussion, wie ich eben Tierprodukte verwenden könnte und so. Und ja, da stimme ich ja zu. Allerdings bin ich auch nicht perfekt und ich mache es so gut wie möglich. Aber daraufhin habe ich das eben so zum Ansporn genommen, mich wirklich mal hinzusetzen und zu informieren und bin auf eine ganz tolle Firma gestoßen und zwar die Firma Bleed. Und die Firma Bleed, die ist ganz toll, weil das ist nicht nur vegan, sondern auch fair und öko. Und ja, da steckt eine ganz tolle Company oder Familie dahinter mit ganz vielen jüngeren Leuten, aber auch mit ein paar älteren Leuten. Und die haben es sich eben zum Ziel gemacht, eben Klamotten zu produzieren, die eben gut für unsere Umwelt und für die Tiere und für die Menschen sind. Und deswegen möchte ich euch heute mal so, ich habe mir vier Produkte bestellt und die möchte ich dir einfach mal zeigen, weil ich bin davon echt begeistert. Und ich habe mich gefreut, dass ich diese Firma gefunden habe. Und vielleicht bist du ja auch inspiriert, weil für mich vor allen Dingen hier in Schweden ist es immer so, ja, bin ich wirklich warm? Halten diese Klamotten warm und alles? Und deswegen habe ich das mal ausprobiert und will dir das eben mal vorstellen. Weil das ist, finde ich, auch eine super Geschenkalternative, wenn man jetzt mal so Klamotten verschenken möchte oder so. Ich meine, ich lebe zwar sehr minimalistisch, aber man muss ja halt auch warm durch den Winter kommen. Und hier siehst du mal die vier Produkte einfach mal so hingelegt, die ich mir gekauft habe. Und hier siehst du sie, wenn ich sie anhabe. Und das ist zum Beispiel hier diese Jacke. Das ist wie so eine Art Down-Jacke, nur es ist keine Down-Jacke. Und die hält wirklich warm, die habe ich auch schon getestet. Dann diese Leggings, die ist auch sehr, sehr angenehm und weich. Dann dieser Pullover hier oder Hoodie. Und eben das Stirnband. Das sind die vier Produkte, die ich mir bestellt habe, die ich mir ausgesucht habe. Und ja, möchte eben einfach dich mit diesem Video inspirieren, diese Firma auch mal auszutesten, weil die hat tolle Produkte, die sind jetzt so, also auf jeden Fall ein paar Basics sind dabei. Und ich denke für den deutschen Markt auch sehr, ja, gut für den Abverkauf oder wie soll ich das sagen, verkaufsstark. Weil ich habe ja mal im Verkauf gearbeitet und die haben ein paar Produkte dabei, die wirklich gut sind. Also die vier, die ich mir bestellt habe, die finde ich toll. Ich bin damit zufrieden und kann es nur wärmstens empfehlen. Jetzt möchte ich mal von dir gerne wissen. Hast du noch mehr Firmen, vielleicht auch wo man Schuhe bestellen kann oder auch weitere Klamotten, die auch vegan sind? Dann hinterlasst mir bitte unbedingt einen Kommentar, dann kann ich davon lernen und auch noch andere Leute. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne ein Like, abonnier gern kostenlos den Kanal und ich sage bis ganz bald, lass es rocken, Maria!